Der Spoiler-Dings. Ey, der Spoiler-Teil ist draußen bei dem. Fahren wir gerade irgendwo hin mit dem Teil? Das fühlt sich so an. Könnt ihr kurz GPS checken auf der Webseite, ob wir gerade wegfahren? Ey, der hat mich doch safe irgendwo nach hinten gemacht gerade. Der macht mich über Kopf. Der macht mich über Kopf und ballert auf dem Rücken drauf. Au, 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 au. Oh, das ist gut.